Das, was tun wir nur, ohne ins Tarn des Namens, Tito Marelli, ihr Stupendo, noch ihr, noch ihr, ihr Stupendo, der größte, der nur unserer Zeit, ist, unprünglich, zu spät. Oh mein Gott, ist Marelli, oh mein Gott, ist Marelli, wie man lasst, keinem nur das Schrotzen, kann es sein, dass uns das Teufel zerkotzen. Der Zug ist angekommen, trotz ein paar Marelli ist nicht drin. Was, was soll ich nur tun, wenn dieses verantwortungslose italienische Arschloch nicht auftaucht? Darum nicht mal was probieren sie. Nehmen sie mich. Man muss manchmal ein Wagen riskieren sie. Nehmen sie mich. Ich kenne Note und Buch, was bleibt Ihnen denn schon übrig, als dieser Versuch? Da sagt aber Sandus zu ihm, nein, du wirst garantiert nie auf dieser Bühne stehen. Gut, Tito Marelli erscheint auch und der hat aber ein sehr menschliches Problem in dem Fall. Er hat zu viel gegessen und hat Blähungen. Und er muss aber relaxieren, damit seine Stimme funktioniert. Und da gibt seine Frau, gibt ihm schon fünf Schlaftabletten und Max gibt ihm auch nochmal drei Schlaftabletten, damit er in Ruhe schlafen kann und die Stimme sich erholen kann, damit er auftritt. Das sind aber zu viele Schlaftabletten und Tito Marelli schläft so fest ein, dass Max glaubt, er ist gestorben. Und dann sagt er das Saunders und Saunders meint dann, okay, dann nehmen wir dich. Und dann versuchen wir dich. Und dann Doctor, ich bin das Saunders meint dann, okay, dann nehmen wir dich. Das Stück ist gut, kennen vielleicht doch einige Leute. Othello darf nicht platzen, ein tolles Lustspiel. Und die Musik, die der Komponist dazu geschrieben hat, finde ich schon sehr beachtlich, weil er dem Stück gedient hat. Das ist eigentlich meine Musik, weil die aus meiner Kindheit stammt, Jugend. Also damals schwappte Hollywood schon in die DDR. Und also diese Musik, Big Band und sowas, hat mich damals schon fasziniert. Und dass ich die nach 50 Jahren nun nochmal mache, das ist schon erstaunlich. Meine Rolle in diesem Stück, ich wohne in einem kleinen Provinz-Nest, bin die Tochter des Theaterdirektors, Opernchefs und lerne da zufällig ein Jahr vorher eben den Weltenor kennen. Und ich glaube, meine Rolle oder Maggie möchte gerne aus der Provinz raus, aus dem Alltag raus und sieht natürlich in diesem Weltstar irgendwie den Weg dorthin. Und darum verliebe ich mich. Also ich verliebe mich nicht in den, ich glaube, mich in den verliebt zu haben. Ich bin dein, ganz und gar dein... Mami! Tito! Mami! Lass nicht so blöd! Ich bin's, du Dossel! Ich wäre... Was glaubst du wohl, Idiotin? Pass auf! Wir machen es folgende was. Du bist immer noch Tito! Das Stück selber ist zum Abbrechen komisch. Also wirklich. Nur allein, wie ich das Textbuch gelesen habe. Es ist im Zug gewesen, da haben mich die Leute schräg angeschaut, weil ich so gelacht habe. Und, also, sehr lustiges Stück, schöne Musik. Diese Schachtelszenen im zweiten Akt, die wahnsinnig schwer waren zu probieren, aber unglaublich toll wirken. Wenn plötzlich drei Otellos, also drei Tito Mereles auf der Bühne stehen, allein schon, das ist ein... Das ist sehenswert. Absolut. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020